Meine Besten, wie ihr wisst, habe ich ja in der letzten Saison nach einer 5-jährigen Pause wieder mit dem Vereinsfußball angefangen. Das Ganze beim OSV Mettersdorf in der Landesliga Österreich. Wir haben auch guten, erfolgreichen Fußball gespielt, mit um den Aufstieg dabei gewesen. Volksberg hätte uns als einzigste Verein einen Strich durch die Rechnung machen können, aber am Ende war es dann doch das Geld. Der Verein ging insolvent und ich war vereinslos. Hab mir ehrlich gesagt auch keinen neuen Verein gesucht, weil ich, wie ihr sehen konntet, aktiven Content gedreht habe für euch. Ihr seid auch richtig krass am Supporten. Danke nochmal dafür. I love this game. Und jetzt kam eins zum anderen und ich habe einen Anruf bekommen. Ich soll nun beim SV Frauenthal im Training aushelfen, da sich die Nummer 1 verletzt hat. Andere Spieler ebenfalls. Der Verein hat wirklich große Verletzungsschwierigkeiten. Ich bin nun da, damit das Training wieder vollkommen vonstatten gehen kann, auf gutem Niveau. Seid mit am Start. Ich halte euch auf dem Laufenden, was hier das Ziel dahinter ist, was ich mir dabei denke. Ich würde sagen, supportet uns, wenn ihr aus der Nähe kommt. Wir brauchen es wirklich.